Hi, ich bin Kathi. Ich bin Sophie. Und ich bin Lisa. Gemeinsam sind wir das Start-up How to Grow Up. Mit unserer App unterstützen wir junge Menschen dabei, erfolgreich in ihre Zukunft zu starten. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann seid dabei am 10.7. beim Campus der Löwen. Nothing at all.